Servus, liebe Freunde der Sonne! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Handschaudern mit Daniel! Jo, servus! Neue Runde, neues Glück! Letzte Runde war nicht so Glück. Diesmal vielleicht ohne PvP-Action, die zu unserem Nachteil ausgeht. Ja. Und kommt aus. Ja. Boah, und das ist Nacht. Was? Achso, ja stimmt, das ist Nacht. Ist ja ganz angenehm. Das ist so ein bisschen neblig. Stimmt auch noch, ja, das kommt auch dazu. Ach nö, da ist wieder so ne... Da ist so ne... Trulla, ich schieße, Achtung! Ne, das nehmen wir mit. Eben, weil ja... Dort, äh... Das ist wieder so ne... Weißt du, so ne vergiftende Trulla. Oh! So, nicht. Bist in der Nähe einerseits. Schauen wir mal. Geben wir hier durch. So wie... Oh, hier ist ne Kasse! Hier ist ne Kasse! Kasse! Oh, da gibts! Da sind bestimmt Hand-Dollar drin! Hand-Dollar, Hand-Dollar! Ja, 50! 50 Hand-Dollar, auf die Hand! 50 Hand-Dollar, ja! Geil! Hat sich schon rentiert, können wir uns schon wieder selbst umbringen. Oh, gleich extrahieren! Gleich extrahieren! Ja! Gibt's hier noch Hand-Dollar? Ja! Hier gibt's Lecher! Ich hab nix gesehen! Ne! Ne! Ja, da nix... nix auf die Kralle! Ne! Wo ist denn überhaupt das nächst... Ah, da rechts ist gleich wieder eins zum anschauen! Äh, ich geh mal hier runter. Au! Oh! Oh! Hier ist ein Träger! Achtung! Ich untersuch mal! Ach, so nah ist der! Ja! So, da links ist noch was! Warte mal, das... Ne! Ist okay! Ne, hier ist nix! Das liegt hier! Gut! Da gehma zu dem Hinweis da rechts! Da hinten! Da hinten! Ich sag! Ja! Hat da jemand geschossen? Ne! Ne, das war so'n komisches Krummel-Programm! Ne, das kann ich hier machen! Achso, auch machen! Achso, auch machen! So! Da ist der nächste Hinweis! Kann ich hier machen! Da ist der nächste Hinweis! Kann ich hier nicht anmachen! Kann ich die nicht anmachen! Nein! Die ist ja auch vergleichsweise nah! Er ist ja auch vergleichsweise nah! ja das hat jetzt wieder das Leben gekostet, das war jetzt nicht so geil weil das war so ein verdrahteter Typ oh hier ist so ein... so ein Hackel ja ja ich glaub da werd ich mir mal so ne Besuchertspritze reinpfeifen da muss ich mir loslassen oh da ist geschossen worden ich hab ich das Hackel dann wieder... äh musst wechseln auf ne andere Waffe dann muss aber die Hacke weg ne ist geschossen worden, hast du gehört? es war doch... ach echt na ja aber rechts wird geschossen jetzt hättest du es nicht gedacht ja 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 ich kann nix erkennen super seh aber ist ganz angenehm mit dem Nebel, da kann man dich nicht so toll erziehen mhm, warum weiß ich gar nicht so einfach mehr dabei, dann ja ich hab so'n kleines, äh so'n kleines Zielfernrohr sie haben Kinn und Korn coch nöööööööööööööööööÖ der muss, ne, der muss... so wo bist du? da! Dingelingeling! nein das machst du jetzt nicht! Dingelingeling! hab den Hinweis gefunden! Ahhhh schrottschnabel scheiße! aber nicht hier wir finden sich dort hinten wir könnten aber auch den anderen suchen schrottschnabel scheiße wahrscheinlich da wo die 2 ist ne? ja die ist ja viel kleiner da müssen wir uns aber in die richtung drehen 240 grad ungefähr ja hier entlang halt ja eher so ach nö da sind ja genau die schüsse mhm hhm lieber die schüsse als den schrottschnabel ja weiß ich nicht Achtung! Verlustsmonster! ne! überhaupt das sind diesmal in dieser runde keine gespawnt da hinten ist wieder so'n äh weißt schon ah! vergifter! so'n fliegeding monster dann laufen wir das mal das fliegeding monster ja wir können hier mal raufgucken und uns umschauen so war das jetzt Donner oder irgendeine Explosion? das weiß ich nicht schau mal hier rauf also ich hab keinen blitz gesehen da wird geschossen da wird geschossen und zwar rechts jetzt ist da genau dieses scheiß Ding also hier ist ne bridge dann sehen wir aber nischt da hinten geschossen haben das ist zu neblig ich seh da nix da ist auch nix da ist auch nix oh ja da geht's richtig zu aber das ist alles zu weit weg na na ich geh lieber über die bridge komm ey ja andererseits lass uns lieber ja doch da sind die meisten ja wir müssen da hin wir müssen da hin hilft ja nix bis dahin wir warten jetzt ewig lang bis es wer anders extrahiert aber ja das ist ja auch doof wir sind nicht solche billigen Camper da hinten wär glaub ich was zum Munition nachladen und so Zeug oh 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 ja nix fast schon hier ist nämlich was zum einsammeln Verbrauchsgüter, was hab ich denn gefunden? Ach, eine Klangbombe. Ist ja abgefahren, ist ja crazy. Oder wie sollen die anderen hinweise? Ich würde den Schnabel machen. Ich weiß nicht, die anderen sind die Spinspin. Ja, aber der Schnabel, da müssen wir nix mehr machen. Der wird ja schon verbannt. Ja, bei der Kapelle. Ja, die Kapelle können wir machen, aber die ist hart. Können auch die Spinspin machen, aber... Ja, aber rechts an die Schüsse, da will ich nicht. Dann gehen wir zum Schrottschnabel. Dann machen wir den Schnabel. Der Rucksack-Schnabel. Weil der hat einen Rucksack. Ja, der ist scheiße. Also zum, zum... Als, als, ähm, zum Bekämpfnis der Scheiße, der Schnabel. Ja. So, jetzt schauen wir nochmal. Bei der Kapelle. Ja, toll. Oh! Egal. Ja, gut, jetzt... Ja, ja. Ey, da war es schon richtig, dass wir jetzt zum Schnabel gehen. So, jetzt müssen wir uns langsam heranpasten. Das Umfeld abklopfen. Ja, wir müssen hier taktisch quasi vorgehen. Oh, wir müssen Schüsse. Weißt du was? Wir gehen nicht hier entlang. Wir machen hier auf. Ne. Ja. Maximale Verwirrung. Das ist die Losung. Alter, wo bist du denn? Ich bin hier im Unterholz. Das dauert eh noch, bis der Verband ist. Ja, aber ich muss hier mal suchen. So, dann schauen wir doch mal auf die Map. Höllenhunde in der Toll. Ach, oben gibt es gar keinen Extraktionspunkt. Das heißt, wir müssen uns eher südlich vom Schrott-Schnabel positionieren. Stimmt. Also, Moment. Ja, das ist ja eigentlich da, wo du bist, oder? Hier in diese Richtung, ja. Also, spieltheoretischer Sicht, hätte ich jetzt gesagt. Unten rum. Weil, ja, weil die, wohl, die werden nicht zum, werden nicht nach Westen gehen. Da müssen sie an den anderen vorbei, die auch verbannen. So wie wir vorher. Ja, ja. Also, jetzt wieder hocken wir uns. Oder noch weit darüber rumlaufen. Noch weiter. Hast du mit dem Schrott-Schnabel gleich verbannt, das heißt? Ja, 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 wir müssen uns schon mal in Position begeben. Da hocken die drin, oder was, in der Kirche? Da unten. Das ist im Keller, aber... Also, wir haben beide Trophäen. Die müssen über die... Die sehen uns ja auch. Die sehen uns, die sehen uns. Das ist scheiße. Die müssen aber über die Kapelle raus, weil ich weiß. Ja, die sind in der Kapelle. Ja. Da sind noch die Blitze. Weil die uns eh sehen, soll ich nur mal in den Platzpatron-Könner reinschmeißen? Was kannst du machen, da? Sehr schön. Ich versuche gerade zu sehen, ob die sich bewegen, aber ich glaube noch nicht. Ja, die sind rechts halt. Ja, die sind hinter der Kapelle. Können uns an der Mauer theoretisch lang bewegen. Ey, laufen die schon? Ja, die laufen ja verkehrt dann. Na ja, vielleicht sind wir... Nee, die sind ganz nah. Ich guck mal, was ich hier noch Schönes dabei habe. Ich habe noch Haftdynamit. Das ist schnell hier weg. Schnell aus der Schuss, klar. Toll, jetzt ist genau hier das scheiß Haus. Äh... Bewegen die sich? Ich glaube, die bewegen sich. Ja, ja, die sind da in dem Wald. Ach, der hat mich geschossen. Beschuss, beschuss, beschuss. Beschuss. Schwerer, beschussender Schuss. Klop, jetzt habe ich geschossen. Achtung, rum. Müssen die umlaufen. Ja, die müssen doch an uns vorbei, wenn die Zeugs da... Ja, genau, die müssen an uns vorbei. Ja, da ist einer rechts, einer läuft rechts. Markieren, markieren. Oh, Alter. Ah, getroffen, oder? Wenn du einen Shitmarker hast, schon, ne? Ja. Oh, jetzt sitze ich hier in der Falle, verdammt. Das war ich. Oh ja, ich weiß was. Ihhh, was war das denn? Ich müsste ihn geblendet haben, du Drecksahn. Sie laufen rechts weg. Ich nehme mal schon was extra hier. Ich laufe rechts weg. Wo, wo, wo? Er drückt, drückt die Ding-Taste, dann weißt du's. Oh ja, 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 ja. Aber, das ist ja die falsche... Oder wollen die doch zu anderen... Ja, keine Ahnung. Gehen wir mal hinter ihr oder missen wir's. Ist halt alles so dunkel. Hä? Hä? Ich hab ihn nur hingeschmissen, dass die... Oh, verdammt! Achtung, ich schmeiß mir Platz, Patrone. Ich weiß nicht, ob die sich von uns entfernen. Einer ist rechts, einer ist links. Ich bin nicht. Ich weiß nicht, ob ich ein paar Schritte... Achso. Oh, genau. Vor mir müsste theoretisch was sein. Oh, Beschuss, 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 Beschuss. Äh, 50 Grad ungefähr hier. Da, 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 hinter dem Baum. Macht daneben, daneben. Lenke mal ab, ich weff Dynamit. Die sind da beide, übrigens. Oh. Das war jetzt wieder intelligent, Buch 10. Lenk ihn ab, lenk ihn ab, lenk ihn ab! Ja. Ah, Dynamit liegt! Ah, ich glaub, ich hab keinen getroffen, schade. Hab ich versucht, ihn zum Laufen. Mist, hat mich gekillt. Hab ihn aber getroffen. Der war etwas weiter links, mein ich. Und ich bin da hinten, ja. Ja, der ist... Vorsicht, bleib geduckt. Mit der Schatten, ich ziehst ihn vielleicht, aber ich weiß es nicht. Heil dich! Verflucht noch eins. Sag, es gibt's doch nicht! Ja, 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 ist klar, ne? Ist klar, ne, ne? Was? Ach so, ist deine Tötungsansicht. Katastrophe, ey. Wie weit war denn der weg? Ja, es ist ja... 28 Meter. Ja, es kann doch nicht sein, dass die einen immer treffen. Ja, ja. Keine Ahnung, was da wieder... Was da wieder los ist. Mit vollem Lauf. Naja, aber es gibt... Ah, scheiße. Es gibt noch einen Wall. Das Lumpenlischen. Na, dir wünsch ich aber Glück. Mhm. Oh ja, die, die sind bei, die sind bei den Typen. Na gut, dann werden wir uns mal die Teamdetails mehr anschauen, um zu schauen, was das alles mal wieder für Cheater waren. Ja. Ja, Katastrophe. Also die erste Runde war geil, aber jetzt irgendwie... Ja, ich verstehe halt auch nicht, wie die es immer schaffen. Du wirst getroffen, du haust ab. Die schießt nochmal, der sieht dich und schießt nochmal und sieht dich immer noch. Und dann bist du auf einmal tot. Das geht doch nicht. Naja, ja, das lag wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, nee, aber du bist ja innerhalb von der kurzen Zeit 30 Meter von ihm weggelaufen. Und trotzdem schaffst du es, dich im Blickfeld zu behalten. Und zu schießen. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, das war jetzt ein bisschen wie Jäger, ne? Ja. Na ja, Katastrophe. Stopp ich die Aufnahme mal wieder. Jo. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, Hanschau, dann bis zum nächsten Mal. Adios.